Ah, jetzt erst mal eine Runde Tube Tribute. Zu irgendwelchen Zeiten, die die anderen gar nicht kennen von dir. Wir spielen Einzelspieler und zwar die Kampagne. Wir nehmen Taste Terror of Terrorists fortan. Wow. Okay. Ich würde sagen, je nach folgenden Länge, ich würde jetzt erst mal Nummer 1 machen. Die feindlichen Wärme. Okay. Cool. Vier Wärme gegen zwei Wärme. Jetzt muss ich noch mal gucken. Nein! Ja, Sir! Please, what? Hopp. Hä? Was ist der denn da vor? Okay. Alter. Ich bin richtig. Okay, hat sich damit fast... Was selbst mitgekillt. Ich mach den Rest. Boom. What a messkick. I'm dead meat. Okay. Ähm. Der ist schon mal tot? Ja, Sir! Jetzt kommt's so... Was ist denn das? Gotcha! Fuck! Das sind nur zwei Wörme und der macht mich fast fertig. Okay, ich hab mich auch... Ich hab mich auch... Nothing on. Und die Wörter von der Touchline ist... Attack! Attack! dann eben Ich habe ganz ehrlich an was anderes gedacht, dass er mich nämlich trifft. So, der saß dafür, fortfahren, müssen wir die Strassen aufräumen, ok dann wollen wir. Ich kann hier einfach mit dem Vesperschläger kennen. Aber jetzt hat der wieder irgendwas specialiges vor. Da bekehrt der sich doch schon fast selbst, es sei denn, er geht auf Gunter Gallo. Ja, Alter! Na klar. Ne, vorwärts. Ne, hab ich hier gar nicht, war klar. Ne, hab ich hier auf den Kounter. Uff! 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 Das nenne ich mal Suicide Bomber. Uff! 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 Ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht springen. Uff! 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 Hitz! Uff! 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 Mache ich auch immer so, ganz ehrlich. Alter, ganz ehrlich. Okay. What a fiercely struck-free kick. He's had a necklace in for the challenge, Jody Ron. Boom. Ja, fast. Aber jetzt theoretisch durch die Explosion. Das war gut. Das war gut. Ja, er lebt ja noch. Ey, er lebt sogar noch. Bummenbub. I. Hm. Da kann ich jetzt echt wenig machen, oder? Ich hab die Idee. Ich kann das nicht in der Luft auswählen. Das ist ein Witz. Oh, ich dachte, ich kann so cool springen und es anmachen. Are you still playing? I'm doing... Hey. 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 And he's screaming at his defense to push up the pitch. Jetzt kommt Bombeinbob. Er macht sich fertig. There's nothing on. Auch deshalb. Just by your time. Headshot. The ref gets the game underway. Und nochmal Headshot. Woo. Hup. I'm gonna get you. We're all doomed. What a super jinking run. Sehr geil. So. There's nothing on. The ref gets the game underway. Der Feind sitzt echt sehr hoch. Aber wir haben gleich Luftangriff. Hihi. 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 Konnte man das nicht auch irgendwie... Und die Worte von der Touchline ist... Attack. Die Richtung ändern. Die Richtung ändern. Alles, was ein Pfarrer tun kann, ist... Cover. Oof. Oof. Na gut. Ich hab natürlich Leertaste gedrückt. Ich hält. Jetzt bin ich gespannt. Er muss ja theoretisch auch zu mir runterkommen. Und sie haben einen Null ab. Der Kusser hat einen guten Job gemacht. Hier ist ein Schuss. Jo. Der Kusser hat einen guten Job gemacht. Auf jeden Fall. Der Defender kann sich ein Schuss machen. Und die Worte von der Touchline ist... Attack! Was haben wir denn noch so... Wir haben sogar eine Lenkrakete. Das könnte echt mega knapp werden. Aber... Patience! No risk, no fun! Fuck. Na gut, dann wollen wir mal gleich nach oben fliegen und ein bisschen was planten. Und der wird zu rüben. Der Kusser hat einen guten Job gemacht. Ja, okay, dich ruhig selbst. So. Jetpack. Was haben wir denn so? Haben wir eine Flammen-Faust? Hui! Das muss sein, dass ein Foul. Okay. Ein Klapper aus 20 Meter. Ja. Zwölf und Räufig. Okay. Er geht freiwillig über die Planker. Das muss ein Klapper. Au! Alles klar. Das hat ihn aus seinen Foul. Es ist nichts drin. Der Ref hat das Spiel in der Weg. So muss das anscheinend sein. Das war gewollt. Das war's für heute. Nee, Poppa. Uah, nein. Dicke Luft. Na dann, dicke Luft. Dicke Luft. Dicke Luft. Okay, da hat sich wohl eben einmal selbst gekillt. Mit 17. Was ist das denn? Na, das können wir ja noch machen, ne? Bäm. Dann danke ich für's Zuschauen. Danke ich mich für's Zuschauen. Danke ich euch für's Zuschauen. Danke ich euch für's Zuschauen. Hoffe, ich halte das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt, let's play Worms Reloaded. Hier auf YouTube. Und ich bin der Taze. Und wir werden in einer Runde eine Urlaubsvertretung machen. Bis dahin. Ciao. Und da rein. Und da rein.